Hallo meine Lieben und Willkommen bei einer weiteren Folge Super Mario! Tja, das frage ich mich auch, wer das hier gebaut hat. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Was ich aber noch gerne machen würde, ist mich passend anziehen. Das haben wir nämlich vollkommen verdrängt, irgendwie. Das, äh, wir natürlich uns auch umziehen müssen hier. Wieso ist denn der Hund hier drin? Okay. So, Schwimmeroutfit. So muss das, Leute. Oh, schaut euch an, wie viel Kram ich schon habe. Was willst du, Wuffi? Was? Wieso ist dieser Hund hier drin? Äh, so. Wir sehen doch jetzt mal super hübsch aus. Die Truller wartet auch schon auf ihre Geliebten hier. So, aber... Mist, jetzt fliegt dieser Vogel wieder weg. Komm her, Vögelchen. So, wir haben nämlich hier... Doch, haben wir doch schon geschaut. Okay. Ähm, ich wollte... Wie kriegen wir denn die Leute jetzt da... nach... 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 Nach, äh, da hinten. Diese kleinen... Viecher. Weiß ich gerade nicht. So. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Was? Das geht ja runter. Was? Okay. Das kriegen wir hin, Leute. Vielleicht auch nur bei unserem Gewicht. Ach du Scheiße. Ah, nur die. Okay. Na gut, bei ihm geht's. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber wir kriegen das Sinn, Leute. Oh Gott. Erstmal hier kurz entspannen. Aber ich wollte gerade sagen... Da ist doch noch einer. Oh, da haben wir uns verbrannt. Da haben wir uns verbrannt. Scheiße, okay. Aber jetzt wissen wir wenigstens Bescheid. So. Äh, ja, okay. Oh. Boah, das war jetzt super knapp. Ey, das aber auch so einzuschätzen... ...ist superschwer, finde ich. Ah. 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 Oh. Scheiße. Falsche Ausrichtung. Okay. Ist mein Schluck Kaffee. Du musst erst mal wach werden hier. Mhm. Okay. So, Fröschken, komm her, gehüpft. Bitte. Ach du Scheiße. Die Dinger sind ja auch super klein jetzt. Wie soll man das denn hinkriegen? Kriegen das hin, Leute? So schwer kann es ja nicht sein. Also echt jetzt mal. Alter. Alter. Das war super knapp. Aber wir kriegen das alles hin. So. Okay. Okay. Oh, das war zu früh. Das war zu früh. Das war zu früh. Verdammt. Wir machen das erst mal anders. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Folge. Das versuchen hier, ey. Okay. Wir wissen aber, worum es geht. Schon mal sehr gut. So. Schauen wir doch mal weiter, was es hier sonst noch gibt. Das sind mal böse Leute, die mich nerven. Wir gehen jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal. Da sehe ich doch was hier. So. Und wo ist das andere? Der Fels ist weg. Du kannst jetzt hinein. Danke. Ist doch sehr nett. Oh. Ich möchte es ja wirklich reparieren, aber es wiegt einfach viel zu viel. Da kann ich dir mal helfen. Ach, Quatsch. Ach so. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt? Nope. Genau falsch rum. Na toll. Jetzt auch nicht. Ist ja irgendwie assi. Jetzt. Ich muss erst mal selber drüber nachdenken, ne? So. Eine erfolgreiche Reparatur. Bitteschön. Es wäre nicht nötig gewesen. Das sehe ich aber an das, Fräulein. So. Oh. Da klingelt mein Wecker. So. Jetzt brauchen wir noch drei andere. War ich mir doch sicher, dass hier noch einer ist? Wieso war das so klar? Da ist jetzt keine. Da ist aber einer drin. So. Äh. So. Au, wegen denen verliere ich ein Leben. Ist ja unfair. Haha. Ihr könnt mich mal. Das haben wir und zwar ein Leben verloren, aber mein Gott. Mein Gott. Ist schon schwer manchmal, dieses Ding hier zu steuern. Äh. Hier ist jetzt echt keins. Aber wenigstens kriegen wir ein Leben. Ohne dass wir sterben. Ähm. Au. Immer das gleiche mit euch. Okay, da ist nur... Hallo? Diese Steuerung ist hier so scheiße. Oh, 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 oh. Yes! Wir haben ihn. Hm. Hm. So. Ist hier noch was? Ne, wir haben unsere Nuss gefunden. Lol. Okay. Was denn? Kann man hier irgendwo hoch? Ne. Okay. Äh, wir haben unsere Nuss gefunden. So. Jetzt müssen wir aber schleunigst hier raus. Die bringen ein nichts Gutes hier. Das wird knapp, das wird knapp. Ah. Ich wollte es gerade sagen. Wenigstens haben wir unseren Nüsken hier, ne? Ist ja auch geil. so. So. Nüsken. Zack. Ja, hast du deinen Nüsken. Ist doch geil, dass ich immer Nuss dazu sage. Bitte. So. Wo kann denn noch... dieses doofe... andere sein hier? Gehen wir jetzt mal auf Entdeckungstour. Hm. Ich hab's mir doch schon irgendwie gedacht, ne? Ich hab's mir wirklich irgendwie gedacht. So. Den grabben wir uns jetzt hier noch. Und ich würde sagen, das war's auch schon hier mit unserem schönen, äh, Schwimmer hier, ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Tschüss.